So, hallo, ich mache eine neue Videocard, ja, und ich lege mich gerne in die fremde Wanne, und das soll der Wanne-Talk sein, und solange die Person, der die Wanne gehört, nicht da ist, passt das, super, ja, ey, jetzt ist es hier, hallo, was macht die hier? Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte einfach mal ein Video wieder aufnehmen, ich wollte mal ein Video aufnehmen, das stinkt, wie scheiße, einfach irgendwelche Menschen, und man will einfach mal 5 Minuten, eine Minute, sich zurückziehen, und dann kann man einfach nicht mal ein Video aufnehmen, das einfach mal eine Minute dauert, Hallo, hallo, das ist doch nicht normal hier, ich will doch nur einen Wann-Talk machen, ey, das, jetzt legt er sich in die fremde Wanne, in die ich mich reinlegen wollte, was mache ich jetzt, das gibt's auch nicht, der hat keine Hose an, so funktioniert das Ganze doch nicht.